Das Gebäude gehörte 1920 zur größten Funkstation der Erde. Die zahlreichen Antennenfundamente sind inzwischen entfernt worden. Die Station, die 1917 in Eigenregie meiner Firma entstand, gehörte zuerst der telefunken eigenen Transradio-Gesellschaft und später der Deutschen Reichspost. Im Gebäude befand sich eine gigantische Maschinensendeanlage mit 400.000 Watt Antennenleistung. Es war die modernste seiner Zeit, mit der man den gesamten deutschen Telegrafieverkehr nach Übersee abwickelte. Später hat man die Anlage erweitert und im Zweiten Weltkrieg militärisch genutzt. Nach Kriegsende kam ihr Untergang. Die gesamte Einrichtung wurde durch die Sowjetarmee demontiert und die Antennen vernichtet. Allein das Gebäude blieb übrig. Erst spät, nach der Teilung Deutschlands, begann hier wieder Funkleben. Mit Sendern aus dem Funkwerk Berlin-Köpenick wurde Nauen die Hochburg des Ostdeutschen Nachrichtendienstes. Nach der Wende wurde alles verschrottet. Dort, wo das denkmalgeschützte Gebäude steht, begann Telefunken 1906 mit den ersten deutschen Großfunkversuchen. Die Anlage mit der 100 Meter hohen Antenne wurde in Eile errichtet. Gerade noch rechtzeitig, um den Teilnehmern der Internationalen Funkkonferenz Berlin auch die deutschen Funkerfolge zu demonstrieren. Die Funkanlage bestand aus dem Empfängertisch mit Morsegeräten, einem dampfangetriebenen Stromgenerator und dem sogenannten Knallfunkensender mit einer Fülle von Flaschenkondensatoren, die mit 100.000 Volt geladen wurden. Im Takt der Morse-Signale entlud man die Kondensatoren an einer riesigen Funkenstrecke, an der die Antenne gekoppelt war. Und die strahlte 3600 Kilometer weit. Doch bald war die Zeit des Knallfunkens vorbei. Meine Firma hatte den Tonfunkensender erfunden. Ein Sendersystem, mit dem sie damals das Seefunkmonopol der starken Marconi-Gesellschaft durchbrach. Zehn deutsche Passagierdampfer wurden mit der neuen Telefunkentechnik ausgerüstet. Die deutlich bessere Funktechnik löste ein so hohes Kaufinteresse aus, dass Telefunken für das Seefunkgeschäft eine eigene Betriebsgesellschaft ins Leben rief. Ihr Gründer war Hans Bredow, ein Organisationstalent, der seiner Firma schnell Größe verschaffte. Bereits 1912 waren Telefunkenanlagen fast zur Hälfte am Weltfunkverkehr beteiligt. Hinzu kam das deutsche Weltfunknetz mit Großanlagen in den deutschen Kolonialgebieten und in Amerika, das 1914 in Betrieb ging. Pressevertreter führten in Nauen den ersten offiziellen Funkspruch mit Amerika. ... ...